Tag 13 ist mittlerweile auch angebrochen. Ausgeschlafen sind wir nicht, aber Samurama müssen wir trotzdem. Es ist ein Wahnsinn, was gestern los war und jetzt zeige ich euch mal, wie es heute ausschaut. Servus. Bist du fast Samurama? Nein, ich will gar nicht. Es ist immer sehr deprimierend, wenn wir da am Nachmittag herkommen und das als Samurama müssen. Aber es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Es war eine Wahnsinnsnacht. Roman, was sagst du zu gestern? Spitze was. Nur Spitze, oder? Richtig ist in der Nacht. Sascha, langsam geht unser Videoblog von Ostern 2020 zu Ende. Ein Video kommt nachher noch. Und dann war es das leider schon wieder für Heiern.